Wir kommen jetzt von euch, Baden, zur einzigen Damenrunde hier bei uns. Neben mir jetzt Conchita und Tamara. Tamara, was ist deine Lieblingsspeise? Oh, Germknödel. Was ist deine Lieblingsfarbe? Lilo. Was ist dein Sternbild? Zwilling. Zwilling? Gut. Das sind wichtige Informationen, die wir brauchen. Was es sonst noch zu wissen gibt über diese Frau, erfahren wir jetzt. Ich bin der Mara Dierenberger, bin 27, bin Büroangestellte in Wien und bin Fan von Conchita Wurst. In meiner Freizeit singe ich gerne, reise gerne, lese auch sehr gerne. Wenn ich singe, dann geht bei mir das Herz auf und dann merkt man das auch. Mir imponiert an der Conchita Wurst, dass sie für das eintritt, was sie ist, also Außergewöhnlichkeit, und dass sie sich von keinem untergrinnen lässt. Wie ich sie das erste Mal sah, bei der großen Chance, war es so, dass ich das erste geglaubt habe, was ist das? Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann stand sie dort auf der Bühne und dann waren ein Ton und dann standen wir im Studio Standing Ovation. Für die Conchita Wurst würde ich fast eigentlich alles machen. Dankeschön. Ja, für die Conchita Wurst würde sie fast alles tun und auch mit Conchita Wurst hat sie fast alles getan. Ideale Voraussetzungen für uns. Absolut, absolut. Was kommt auf uns zu? Die Conchita ist ja einer Sekte beigetreten, das wären viele nicht wissen. Und zwar der Lehre nach Ganges. Das ist eine interessante Lehre, die wir selber erfunden haben. Und diese Lehre von Ganges sucht offensichtlich ziemlich verzweifelt nach Mitgliedern. Das wurde aber nicht gleich, glaube ich, dir nicht gleich gesagt. Sondern wir haben geglaubt, das ist ein ganz normales Fantreffen. Und plötzlich hat diese Lehre nach Ganges Jünger eingesammelt. Und diese Lehre hat auch ein paar seltsame Lehrsätze, die wir dann, glaube ich, im Video noch genauer sehen werden. Aber ein bisschen eigenartig auf jeden Fall. Ein bisschen eigenartig war es. Tamara, was hast du dir im Nachhinein, als alles aufgelöst war und alles war schön, was hast du dir dann gedacht? Warum habe ich nichts gemerkt? Also, du hattest zu keinem Zeitpunkt Zweifel? Nein, eigentlich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte überhaupt keine Zweifel. Ich dachte, die Conchita macht jetzt hier eine Show. Die ist so, ne? Die ist so, lass mich jetzt reden. Und ich habe halt mitgemacht. Und dich hat das schlechte Gewissen geplagt? Es war Wahnsinn. Also, ich war mit Gefühlen überhäuft. Ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Dann ständig deine Anweisungen. Ich habe mich ja fast angemacht vor lauter Lachen teilweise. Und dann muss ich sie auch noch... Hat man nichts gemerkt? ...Menschen anzuschreien. Das muss ich auch machen. Das hat sie gemacht. Und weh. Achtung, sie wird gleich kommen. Sie ist am Weg. Ach, hallo. Hi. Ja, komm. Hallo, Conchita. Es ist ein bisschen warm hier. Ja. Mir ist das leid. Deswegen schwitze ich ein bisschen. Wie heißt du? Tamara. Tamara, hallo. Conchita-Wurst-Fan Tamara Dierenberger wundert sich komischerweise nicht wirklich über die Kulisse, in der ihr Fan-Treffen stattfinden wird. An der Conchita bewundert sie vor allem ihre gute Ausstrahlung. Dass diese mittels einer obskuren Glaubensgemeinschaft erarbeitet wurde, in der man keinen materiellen Besitz haben darf, das hat sie nicht wissen können. Wird sie aber jetzt lernen. Jetzt machen wir eine Begrüßung gemeinsam. Wir machen nur kurz eine Begrüßung. Ja. Wenn du magst, kannst du gerne mitmachen. Ist nicht so schwer. Genau. Fangen oben an. Und... Hey, ohne irgendwas hast du das jetzt gekonnt? Das ist ja der Wahnsinn. Kennst du Gansches? Kennst du Gansches? Sagt dir das was? Mir sagt schon was, aber kennt mich an die Begrüßung. Okay. Also sagt dir ein bisschen was? Ja, mir sagt ein bisschen was. Sagt dir ein bisschen was, ja. Gut, dass die Tamara sogar schon von Gansches gehört hat. Wobei es sich ja da um eine soeben völlig frei erfundene Lehre handelt. Es wird die Sache mit Sicherheit leichter machen. Du, wenn du möchtest, wir können uns gerne mal setzen. Ja. Ja? Ja. Äh, Jungs, werdet ihr so nett? Ja, machen wir ohne T-Shirt, ich rutsche da immer so herum. Dankeschön. Weißt du, das ist nämlich bei denen Tradition, wenn keine Sitzmöglichkeiten da sind. Hätte ich mich am Boden gesetzt? Nein, das macht gar nichts, die machen das gerne. Also das ist auch, äh, das wollen die auch. Das ist auch ein Training für die. Ach so? Genau. Bisschen ungewöhnlich. Ja. Bisschen ungewöhnlich. Genau. Ja, aber das ist, das ist ein Zeichen von Respekt. Also die, die huldigen die Frau an sich sehr und deswegen, deswegen machen die das gerne. Ja. Okay. Okay. Ähm. Aber, ja. Bist du gerade ein bisschen nervös? Ich bin sehr nervös. Aber wieso denn? Keine Ahnung, ich bin immer nervös bei sowas. Also an Geduld mangelt es der Tamara nicht. Vielleicht ist es aber auch, weil er sich so bequem auf den Ganges-Jüngern sitzt. Gut, so oder so, hier haben wir ein esoterisches Naturtalent, wie es scheint. Es wird also Zeit, mit der Tamara in die Tiefen der Ganges-Lehre einzutauchen. Das ist der T nach Ganges. Ich zeig dir das mal einfach vor. Die Ladies helfen uns da ein bisschen. Und du trinkst dann einfach aus deren Händen, also das ist auch ein Zeichen von Respekt. Und dann nimmt man hier immer noch so ein kleines Schlüppchen. Aber macht das einfach. Genau. Das ist auch total reinigend. Aber das geht doch, ne? Ich finde das total gut. Entschuldigung, Mädel, habt ihr da jetzt so gepatzt? Wer war das? Kinder, ihr wisst, ich kann das aufs Blut nicht ausstehen, wenn das hier so aussieht. Es tut mir leid, das ist mir echt total unangenehm gerade. Ähm, komm, Schatz, das muss weg. Das muss weg. Putz das bitte weg. Hilfst du mir bitte? Nicht so. Kannst du mir mal eben helfen? Kannst du, leg dich hin. Kannst du bitte Ihre Hände nehmen? Ja. Wenn das gehen würde, danke. Und einfach mal so vorn zurück, genau. Ach Gott. Ja, jetzt wischen wir doch mal ganz einfach mit der Jüngerin den Boden auf. Es ist ja nichts dabei. Fast könnte man meinen, die Tamara hat das schon öfters gemacht. So routiniert geht sie hier zur Hand. Na gut, wenn es der Erleuchtung dient. Danke, das ist total feinlich, dass die jetzt ihr so rumsauen. Danke, dass du mir geholfen hast. Also alleine ist das immer der Wahnsinn. Ich kenne eine gute Übung, der Entspannungstanz. Bist du dabei? Ja, komm. Cool, machen wir das. Komm. Der ist nämlich nach Ganges, also das ist auch wieder diese Glaubensgemeinschaft. Genau, alle mitmachen. Also ganz wichtig, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich total lockert und in einem Glauben von Ganges ist die Stimme ein wahnsinnig, wahnsinnig großer Punkt. Und deswegen muss man auch ganz laut sein. Also du schüttelst dich aus, am besten du machst die Handflächen nach oben und machst so. Dann kann man auch die Beine ein bisschen. Ja, ja. Ach Gott, du kennst das doch. Du veräppelst mich, du kennst das alles. Nein, ich kenne das nicht, aber es ist ja entspannend. Ja, ich finde es auch schön. Ja, ich finde es gerade für meinen Beruf auch sehr wichtig, weil eben die Stimme so im Vordergrund steht. Mach nochmal du. Mach nochmal. Mach nochmal. Ich finde das gerade so faszinierend. Ja. Ja. Das ist doch der Wahnsinn, wie sie das kann, oder? Ja, aber für die Ausstrahlung ist es total wichtig, dass man sich in eine Ecke stellt. Stehlampe. Und sich verhält wie eine Stehlampe. Ja, du musst einfach nur auf einem Bein stehen. Und strahlen. Und dann strahlen. Das Wichtige ist strahlen. Du strahlst noch ein bisschen zu wenig. Ich meine jetzt so ein bisschen. Strahle nochmal ein bisschen mehr. Versuch nochmal. Die Mund wickeln mehr nach oben. Ja. Die Augen auf. Herrlich. Das fühlt sich doch toll an. Das habe ich zwei Stunden machen müssen. Jeden Tag. Ich habe noch eine wunderschöne Übung. Ja. Und zwar berührt man da jemanden an der Schulter. Berühr mich mal. Mach das mal. Mach einfach auch die Schulter. Ding Dong. Das ist witzig. Aber weißt du was das Schöne ist? Wenn du das zwei Monate machst, dann hast du das so drin und durch das, dass der Ton so vibriert in deinem Kopf, bist du total frei. Mach ich vor jedem Auftritt. Und auch den Tanz vorher. Mach ich auch. Aber darum geht es ja gar nicht. Jetzt machen wir das mal. Ding Dong. Ja, das war schon ganz gut. Halt den zweiten Ton ein bisschen länger aus und versuch es mal höher zu machen. Ding Dong. Ja. Spürst du das? Spürst du das Kribbeln? Aber das ist schon befreit. Das ist befreit auch total. Also wenn dich das interessiert, wir könnten uns gerne mal treffen irgendwie und mal darüber quatschen, wenn du willst. Also ich habe nicht gewusst, dass das aus Indien kommt oder woher das kommt, weil Indisch schon interessiert mich, mich schon aber nicht für sowas. Okay. Was hältst du prinzipiell von Askese? Würde dir das zusagen? Also Askese heißt, dass du auf deinen materiellen Besitz verzichtest. Ich glaube, ohne mein iPhone könnte ich nicht mehr. Wir schreien mal ganz laut iPhone Pfui. Kinder, wir schreien jetzt alle ganz laut iPhone Pfui. Okay? Bei drei. Eins, zwei, drei. iPhone Pfui. Hörst du das? Du musst mitmachen. Das muss bei dir ankommen. Versuchen wir das nochmal. Komm. Du musst auch dran glauben. Versuche es. Das ist wie aufhören zu rauchen. iPhone Pfui, Zigaretten Pfui, Hundehaare, Allergie Pfui. Weißt du? Und das machst du einfach so. Also. Eins, zwei, drei. iPhone Pfui. Hast du dein iPhone da? Hast du dein iPhone da? Ja, ja. Tatsächlich? Zeig mal. Und sie soll das iPhone direkt anschreien. Würdest du dein iPhone anschreien? Ich mach sie mal vor. iPhone Pfui! Lass uns auch ein bisschen fokussieren. Mach mal. Du musst dran glauben. iPhone Pfui! Ja? Jetzt gibts mir. Nein. Na, jetzt ist aber ganz schön bockig plötzlich, die Tamara. Es geht natürlich bei Ganges gar nicht. Da muss sie noch viel lernen und deshalb hat die Conchita gleich einen Langzeitvertrag für ihren Fan vorbereitet. Tägliches Training, das ist ab sofort Pflicht. Genauso wie die Überschreibung aller materiellen Güter und des gesamten Vermögens an die Wurst-Ganges-Gemeinde. Wenn du möchtest, könntest du das ganz unverbindlich unterschreiben? Nein. Willst du nicht? Nein, will ich nicht unterschreiben. Bin ich dir jetzt zu nahe getreten mit dem? Nein. Mein ganzes Vermögen ist mir eh nicht viel, aber... Ich hab das jetzt auch nicht böse gemeint. Er ist es. Nee, aber es ist... Kannst du weinen beginnen? Das, ganz gut. Ich wollte dich nur einladen und ich habe mir so gedacht, dass dir das vielleicht gefällt und dann... Warum passiert mir das immer? Ich dachte mir, nein, Conchita, die Leute mögen dich, die verstehen, was du machst. Und dann ist... Hab ich dich jetzt damit beleidigt? Schick die anderen alle raus. Schick alle anderen raus. Könnt ihr bitte rausgehen. Sehr streng, sehr streng, sehr streng. Geht einfach raus, okay? Geht raus! Okay, du willst das nicht unterschreiben. Ein energetischer Austausch, ein energetischer Austausch. Lass dich mal umarmen. War das gut? Ja. Und jetzt? Nein. Und du schreibst es nicht. Dann werde ich dir was Schlimmes jetzt sagen. Wenn du nicht unterschreibst, dann muss ich dir leider was Schlimmes sagen. Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Willkommen bei Hast du Nerven. Willkommen bei Hast du Nerven. Okay. Da sind Kameras, da sind Kameras, da sind Kameras. Du bist so relaxed, Schatz. Ja, ich bin relaxed. Das tut mir so leid. Tamara und Konjika. Wollen wir uns noch einmal energetisch austauschen? Nein. Würdest du uns bitte jetzt dein Vermögen überschreiben? Ich bin wahnsinnig schlecht bezahlt. Und der Werner, wie man sieht, noch schlechter. Aber es ist in der Tat, ähm, in der Tat ist es wahnsinnig gemütlich. Wollt ihr bei mir Platz nehmen vielleicht? Das ist eine blöde Leere. Ich nicht. Danke. Das ist eine blöde Leere. Ich bin ja schon üblich. Du auch noch? Na sehr. Ah. Das ist toll, ne? Das ist schön. Ich finde, daran kann man sich echt gewöhnen und die knackigen Jungs. Ich wollte gar nicht mehr aufstehen. Nein. Also ich finde auch, da haben wir uns irgendwie einen schönen Platz gesetzt. Tamara, soll man wieder zu dir kommen? Ja, bitte. Danke, Werner. Sehr, nein. Vielen Dank. Frech. Tamara, du warst, ähm, ja, du warst schon mit dabei bei allem. Ja. Ist dir nichts davon komisch vorgekommen? Ja, schon, aber ich habe mir gedacht, ja, mach mal mit. Mach mal mit. Ist ja nicht so schlimm, oder? Was hast du vorher von Ganges gehört? Nicht in Wirklichkeit. Aber da sage ich jetzt einmal, ich habe es mal gehört, hört sich nach Indien an. Also, so. Wird schon passen ungefähr. Wird schon passen ungefähr. Aber du hast wirklich ein ordentliches Organ, wenn du lospleierst, gell? Ja, habe ich. Können wir noch einmal testen? Nein. Es ist Schluss mit Lustig. Es ist Schluss mit Lustig. Nach einem Tag mit der Conchita ist Schluss. Du hast auch, es gab eine Situation, wo du fast losgelacht hast, gell? Welche war das ganz genau? Ja, tatsächlich, also das hat man jetzt nicht wirklich gesehen. Werner hat zu mir gesagt, wir machen jetzt eine Übung für die innere Erleuchtung und dazu muss man sich vorstellen, eine Stehlampe zu sein. Und er sagt das so und ich war total drin und dachte mir so und jetzt sage ich das und jetzt mache ich das und hin und her. Und er sagt Stehlampe. Und, 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 und sie sind so. Und ich so, äh, nein, ja, ja, steh, ja, leuchten. Äh, wir leuchten. Auf jeden Fall hast du dich sehr gut geschlagen. Danke. Ich habe mich nur gewundert, putzt du daheim deinen Boden auch so? Weil das war ja für dich völlig normal, mit der Frau aufzuwischen. Ja, nein, putze ich normal. Putzt du normal? Putze ich normal, ja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen. Vielleicht, ähm, vielleicht, ähm, hat sich's ja gelohnt. Am Ende der Sendung wird das Publikum entscheiden, welche Geschichte war denn nun die beste, wer hatte die stärksten Nerven. Ich glaube, es war ja selektur. Ich glaube, es scheint, Vielen Dank.